Hi, herzlich willkommen zurück zum Tutorial Minecraft Vizepiece Infinity. Ich habe gerade eben einfach nur auf E gedrückt und habe das Video benannt und da dachte sich der Creeper so, hey komm wir fliegen mal in die Luft. Fand ich jetzt nicht so cool. Aber gut, jetzt habe ich ein paar Rohstoffe in der Tasche und hier ein Loch im Boden. Vor allen Dingen viel schlimmer ist, der hat mein Smeltery kaputt gemacht. Und mein Zaun. Das war mein Lieblingszaun. Wir waren beste Freunde. Hey, komm wieder rein hier. Genau, wir waren beste Freunde. Und er macht ihn einfach so kaputt. Dieser Rüpel, dieser Creepser. So. Hätte ich meine Katzen verjagen. Creepser. So, 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 so. Also. Wir gehen einmal in die Mine. Warum? Erzähl ich euch gleich. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Tja, jetzt guckt er, wird wahr? Er gibt keine Werbung. Ha. 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 So, dann müssen wir erstmal kurz unserem dämlichen Query hinterherlaufen. Ach, Query. Äh, Turtle. Ah, den brauchen wir jetzt. Joa. Sonst so. Ach, Digga. Warum hab ich das so endlos weit gebaut, ne? Ohne Witz. Dias. Aber ich seh ihn immerhin schon mal. Das ist schon mal ein Vorteil. Jetzt hab ich leider nur keine. Ah. Unter einem Abbauen ist nicht immer so die geilste Idee, die ich habe. So. So. Erstmal. Ach, scheiß aus Wasser. So. Damit hätten wir dann doch schon mal unseren Turtle wieder. Erde brauche ich nicht. Schmeiß es mal raus. Kies brauche ich nicht. Oh, da liegt noch was, was interessant sein könnte. Hellgraue Wolle. Was soll das sein? Okay. Zinn pulverisiert. Nein, da war noch was da. Nehmen wir den Bums hier auch gleich mal mit. Super. Was haben wir hier? Da hab ich jetzt leider keinen Platz für. Schade. Schokolade. Aber hierfür hab ich noch ein bisschen Platz. Da soll man das doch am besten mitnehmen. Aber das ist nachher runtergefallen. Ich kaufe kein Monster. Ich kaufe kein Monster. Ich hab Axt vom Monster. Ne, da droppt es nur. Bauen wir hier noch ein bisschen Redstone ab. Davon kann man hier noch haben. Zumal wir davon auch demnächst eine ganze Handvoll brauchen. Highzeit, mein Dings wird geschmissen. Eier brauchen wir nicht. So. Wir haben jetzt unseren Turtle wieder. Ich hab grad noch ein bisschen recherchiert, wie ich den Turtle programmiere. Damit er auf meine Bedürfnisse eingestellt ist. So. Aber. Wir werden den Turtle ein bisschen weiter weg programmieren. Weil das halt große Löcher geben wird, was ich jetzt gleich vorhabe. Ist natürlich doof. Ich mein, wir haben sowieso schon ein großes Loch hier in unserem netten Ding da, aber muss man ja nicht ausreizen. Ist halt da immer nur das Problem, muss ich immer tierisch aufpassen, dass ich nicht in dem Moment gerade hochkomme, wenn da irgendwelche Monster stehen. Find ich auch geil. Kommst gerade hoch. Zack, Creeper. So. So. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? So. Steine hab ich alle weggeschmissen. Ah, fuck. Jetzt hab ich ja ohne Ding nicht mehr. So ein Dreck aber auch. Kann die truf machen, obwohl der Hund drauf sitzt. Krasses Teil, dieser Hund. So. Gut, die ME-Platten sind jetzt erstmal zweideutig. Ach, zweideutig. Ich stelle jetzt erstmal hinten an. Wir brauchen ein neues Malwerk. Wir brauchen ein neues Malwerk. Als allererste brauchen wir ein neues Malwerk. Als allererste brauchen wir ein neues Teil davon. Sechs davon, die können wir jetzt alle schnell einverleiben. So. Gold haben wir auch eine Handvoll. Sehr gut. Ah, ich Idiot. Ah, doch. Perfekt. Perfekt. Guck mal. Guck mal. Das hätten wir schon mal. Ach, ich hab mal hier noch eins. Lustig. So, nachdem wir das haben. Ich fühle mich gerade so ein bisschen eingeengt hier. So, nachdem wir das haben, brauchen wir jetzt, wenn ihr euch die gucken, ob ich noch Gitter habe. So, das wäre eine gute Idee. Hier haben wir keine. Hier haben wir keine. Jetzt spinnt meine Maus schon wieder rum, ey. Ich brauche dringend eine neue. Doch, vier Stück. Mehr brauchen wir auch nicht. So. Alle klar. Smellery. Ah, jetzt habe ich echt diesen Scheiß unten vergessen. Ach, nee. Runter. Wir brauchen... Nehmen wir die mal einfach mit. Wir brauchen einen Slime. Und der Rest sollte eigentlich oben sein. Zack, zack. Redstone und Eisen. Machen wir gerade noch das Loch hier zu, damit es mir nicht mehr auf den Sack geht. Und eine Birka. Eine Birka. Das ist eine Birka. So, haben wir. So, haben wir. Dann setzen wir jetzt auf den Kolben den Slime. Somit hätten wir unseren Stickypist. Ähm, dip, 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 dip. Ja, zack. Was fehlt noch? Eisen. Eieren. Okay, wo ist der Fehler? Wo habe ich Mist gebaut? Ach, come on. Ernsthaft? Gott, bin ich ein Trottel. Ich bin echt so ein Held vom App. Der fällt wirklich. Ah, cool. Brauchen wir jetzt einen Stickypisten. Den brauchen wir ja nicht. Oh, weißt du. Wo ist er denn? Ne, hier. 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 Ne, da. So, wir haben Holz. Wir haben Stein. Wir haben Iron. Und wir haben Red. Ready, ready. So. Jetzt kommt der hier unten dran. Und jetzt haben wir unser Gerät wieder. Zack. Wird doch gleich schön mit Energie. vollgepumpt. Und. Ich bin gerade echt froh, dass ich meine Energiezelle nicht kaputt gemacht habe. Das wäre ja auch richtig geil geworden. Dann hätte ich Gerät-Grid. Ohne Flux. Input. Output. Input. Das können wir hier unten hinstellen, weil das wird trotzdem mit eingezogen. Zack, zack. Zack, zack. Oh, fuck. Ich muss das Portal mal anderweitig hinsetzen. Das gibt auf Dauer, nur Stress. Ach ne, Quatsch. Falsch. Fuck. Das kommt hier rein. Nice. So, nachdem wir das oben wieder alles repariert hatten. Me-Binde-Strich. Ich. Du, 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 du. Ich finde den Pop-Up schon zu. Und den kann immer gehen. Und ihr müsst mir dabei nicht so krass tief in den Rachen gucken. So, wir brauchen Logistik. Jetzt ist gerade die Frage, macht es nicht mehr Sinn, noch einen Trichter zu bauen? Aber nur einen Trichter, mehr nicht. Ach, ich muss wieder essen. Jetzt wollte ich gerade Brot essen. Ach, Brot, äh, Holz. Wenn ich mir da mal Kien-Splitter einfange. So, wir errichten nochmal das hier. Ah, fuck. Ups. So, warum wir das machen? Ganz einfach. Jetzt kann ich mir nämlich Gold schnappen. Schnapp, 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 schnapp. Braucht dringend mehr Gold, ey, wirklich. Wenn man vorher nur seine, seine Singleplayer-Welt gespielt hat und dann jetzt das, ne. Kommt man so echt an den Punkt, wo man sagt, Bruder, wird eng. So, wir brauchen eine davon. Gut, die ist falsch angeschlossen. Kaffee, kann die noch? Jo, kann ich. Easy going. Easy fucking going. So, da schmeißen wir jetzt das drin und der pumpt mir die jetzt hier durch. Nice. Ähm. Genau, jetzt wollte ich das mit dem Turtle machen. Dafür brauche ich nichts. Desetotrotz wieder eine bessere Kiste. Das mit der Tür, ne. Ich muss das noch lernen. So. Oh, nee, falsch. Da hin. Zack. Wo ist er hin? What the fuck? Oh. Ich sollte sie dann vielleicht doch schon in mein Inventar legen. Ansonsten macht es nicht sonderlich viel Sinn. Ene Truhe. Ene Truhe haben wir. Machen wir jetzt die Truhe draus. Dann eine Jolt-Truhe. War das nächste Glas, oder? Ach, nee, warte mal. Zack. Ich glaube, das nächste war dann hier mit Dias. Unten, oben, Truhe in der Mitte und jeweils zwei Dias. Ich bin so ein fucking Genie. Wenn ich mir jetzt oft selbst hier noch einrede, dann glaube ich mir jetzt vielleicht irgendwann selber. Ähm. Jetzt gehen wir erstmal wieder runter. Oh, ich hatte hier schon eine Dia-Kiste. Na gut. So, wir gehen mal hier weiter. Problem einfach, dass man das oberirdisch hier so machen muss. Weil man ja sonst. Zack. Oh, cool. So, wie es sein soll. Nice. Dann riecht ich ja Ader. Was dann da los ist? So, der Hauptgrund, warum wir das machen, den haben wir jetzt gerade schon mit zwölf Dingern erledigt. So, langsam kommt das Hungergefühl wieder, ne? So, pass mal auf. Wir stellen den Turtle jetzt mal einfach spontan gesagt hier hin. Dann habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich wüsste, wo. Tup, tup, tup. Label Seed. Was ist das denn? Egal. Label Seed. Wie nennen wir ihn? Label Seed, wuppdi, klickdi. So. Jetzt heißt er, wuppdi, klickdi. Na, was wollen wir mehr? Dann geben wir jetzt ein... Wenn ich mit Exodus anfangen will, kann ich nicht C schreiben. Exzer, da hammert. Zack. Mach mal. Oh, was macht er denn da? Oh, Junge. Bruder, was ist dein Problem? Nochmal. Ex, hammer. Ach, jetzt habe ich es hier. Mein Mikrofon macht das. Lol. Ex, hammer. 50. Dann kriegst du hier jetzt noch das und hier hinter die Chest und nochmal Feuer. Ich bin ja tief hier noch. Ich bin ja auf Ebene 51. Sehr gut. Dann kommt er wieder zurück und haut den Klatsch... haut den Klatsch da rein. Nice. Hätten wir das auch schon mal geklärt. Finde ich ja sehr, sehr gut. Jetzt fährt der Bit auf bis... Jetzt fährt der Bit auf, genau, Bit auf. Kennt er Bit auf? Kennt er Bit auf? Kennst du? Kennst du? Kennst du? So, jetzt fährt er bis auf Badrock-Ebene. Oh, ja, hier verbräuchte er den Bums, ne? Ich glaube, ich baue lieber drei von diesen netten Platten. Zack, eins. Ich brauche da dringend Beschleuniger. Zwei, drei Stück brauchen wir. Drei, sechs, neun. Haben wir überhaupt schon eine Speichereinheit gebaut? Die Speichereinheiten bauen wir ja jetzt, aber haben wir überhaupt schon... ...ein... ...kette vielleicht den komischen... Es sind Monster in der Nähe. Digga, leck mich, Alter. Ich hätte das Ding vielleicht ins Haus bauen sollen, den Fahrstuhl. Der ist hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf... ...sechs, sieben, acht... ...drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ey, das würde sogar lustigerweise genau funktionieren. Machen wir mal so. Steckel mich gleich nicht direkt in meiner... ...in meinem... ...hier, ihr wisst, was ich meine. Hier, ihr wisst, was ich meine. Setz mal. Na, der Fahrstuhl, das ist halt immer so ein Ding, da muss man halt immer sehr, sehr viel... ...nice. Den kann ich jetzt hier auf 4x4 machen, wenn ich genug Enderperlen produziert habe, die scheiße teuer sind. Ähm, genau. Was brauchen wir für diese einfache ME-Einheit? Oh, da brauchen wir fast nix. Alle, was ich im Inventar habe, zack... ...und drei. So, jetzt brauchen wir einen ME-Speicherhüller. Davon habe ich nichts im System. Sehr schön, sehr schön. Kann ich jetzt pennen gehen, damit es wieder Tag wird. Sind Monster in der Nähe? Digga, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Wo sind denn hier Monster? Ah, da ist ein Creeper. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Hier kann ich schlafen. Haha, weggelockt. Nice. Ich glaube, es darf nur kein Monster an meinem Chunk sein. Natürlich steht der Creepser jetzt vor meiner Tür. Ist aber nicht schlimm. Locken wir den anderweitig weg. Ich bin ja ein Pro-Gamer. Oh, fucking Creeper. Bleibt dabei, Hashtag Pro-Gamer. Nein, 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 nein. Nice. So, wir brauchen für eine Einheit Quarz-Glas. Boah, ich hasse es, Quarz-Glas herzustellen. Das ist wirklich so das beschissenste, was man herstellen kann, muss, sollte. Einfach so eine undankbare Aufgabe ist, ne? Aber ich glaube, Quarz-Glas kann ich auch aus, ähm, Neta herstellen. Neta-Quarz. So, dann haben wir noch ein paar. Ich brauche insgesamt zehn Stück, haben wir. Ja, nice. Ich glaube, auch wenn ich jetzt das Ding hier benutze, bin ich immer noch schneller rum. Habe ich eigentlich? Ja, habe ich. Nice, nice, nice. Ich kenne das. Dann lasst uns das gerade machen. So, eins, zwei, zwei, ich habe den Creeper hier sehen. Musst dich ja nicht erst verstecken, Bro. Ich muss ja mal irgendwas hinbauen. Ey, die ganze Zeit fallen da Monster so runter in mein Gesicht. Und dann so, peng, voll in die Fresse. Komm her, wo ist er? Komm her. Nein. Oh, Creeper-Cop. Nice. Nice, 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 nice. So, kann man gleich da einpacken. Neta-Staub und Gibby. Nice. Jetzt müssten wir eigentlich von diesen Schablonen welche bauen können. Vier Stück. Noch nicer. Jetzt packen wir die da rein, die packen wir da rein. Vier Speichereinheiten. Ne, drei. Drei Speichereinheiten. So. Und jetzt haben wir hier schon... Können wir hier schon unseren ersten Müll in den Speichereinheiten lagern. Alle so netten Stuff, den wir jetzt gerade unterwegs nicht brauchen. So. Ich hab den aber immer ganz gerne danach sortiert. Meister nach vorne. 167, 22 Gegenstände. Läuft. Wollte aber auch spontan behaupten, dass ich mich erst mal strecken muss, dass es das jetzt auch mit der Folge gewesen sein sollte. Wir haben endlich unsere Festplatten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr wisst wie das mit dem Zeug da unten funktioniert. Cheerio. So. So.